Der wär epischer gewesen. Dann wär's eigentlich auch gestorben. Immer wie so'n Base-Jump. Ich hätt immer so'n Hebel, womit du direkt tot bist. Wollst du den Taster für das Schiff haben, oder was? Ja, von außen den Taster und von innen den Hebel. Mhm. Hebel hab ich sogar, hör mal. Hör mal. So, normales Holz, da haben wir's. Eichelholz. Ich komm' hoch. Streichelholz. Komm mal runter, Ted. Guck mal hier. Das ist doch ne Falle. Guck mal hier, runter immer. Das ist aber bestimmt ne Falle. Hast du den Hebel dran gemacht? Ne, ich hab gar keinen mitgenommen. Na. Ich dachte, der Heiko bringt den mit. Deswegen hab ich jetzt keinen mitgenommen. Wolltest du den da haben? Ja, okay. Hier, ich nehm' einfach den hier. Nein, das ist kein Taster. Wieso soll's denn Taster sein? Damit von draußen man nur drücken muss. Ja und? Aber die Tür kommt dir doch entgegen. Ja, aber wenn du draußen den Taster auf einmachst, kannst du von innen den nicht ausmachen. Ja, stimmt. Das ist blöd. Das ist doof. Das ist aber kacke. Warte, ich mach mal eben die Dinger hier richtig. Los, ach zu bitte. Ich hab die Steine nicht. Ma, was hast du denn? Wirst du nur hier mit deiner Arbeitskraft? Ich hab nur gesagt, wie viel da unten ist gerade. Ah, okay. Und hier willst du die Kakteenfarm bauen? Ja, hier ist ein bisschen eng. Wer hat denn die Decke da drüber gemacht? Ich glaube, das war auch mal wieder der Heiko. Manchmal können wir mal denken, der Heiko wäre der Mario, ne? Warum? Ja, wie blöd der ist. Ach so. Ey. Den kennst du doch gar nicht, Heiko. Ja, da freut der Mario sich bestimmt jetzt. Meinst du? Ja. Ich mach mal die Leitern hier kaputt. Du kannst da unten die Steine aufsammeln, die ich hier produziere, ja? Nix. Erstmal kommen die Dinger hier weg. Welche Dinger? Die Steine hier. Kommt da direkt Sand hin, oder was? Nee, ne Treppe. Mal so. Guck mal, ihr habt sechs Sand da weiter. Das war richtig gut vorbereitet. Ich glaub der Fallschacht war hier, ne? Alter. Watt hin? Der ist verdammt tief. Ja und? Ja, ich geh mal runter, warte. Ich hol noch mal ein paar Steine und jump dann da runter. Und baue mich dann fix wieder hoch. Im Fallschacht, ne? So richtig sinnfrei so. Ich muss den Fallschacht ja erhöhen. Hoffentlich treffe ich den auch, wenn ich da runter jump. Warte mal, erst so. Aua. Jetzt esse ich schon noch ein Hähnchen. Jetzt ist da noch ein Hähnchen da. Dann geht da drunner. Das ist immer so krass, wie das abgeht. Ja, heftsch. Super heftsch. Ah, okay. Ui. Warte mal. Falscher. Ich muss ja gerade gucken, wie die Construction hier war. Ich glaube so. Guck mal so. Euer Peter. Euer Peter. Wir haben gerade wieder eins. So. Und jetzt geht es hier weiter nach oben. Homo Sapien. Warte, baust du ja jetzt mal weiter oder was? Ja klar. Ich komme gerade hochgeflogen. Ach, hochgeflogen. Siehste? Nein, also hochgeflogen in Baustil, weil ich so schnell bin. Ach so. Okay. Will ich hoffen, ne? Also will ich hoffen. Aber ich glaube so schnell bin ich gar nicht. Weil das echt so viel ist hier bis oben. Boah, wieso bin ich eigentlich die ganze Zeit leer von der Nahrung her? Zockt das so viel, wenn man so viel Effizienz drauf hat? Nee. Du bist einfach dick. Ach so. Ich kann nicht so lange, ne? Genau. Aber kann eigentlich gar nicht sein, ihr habt das ganze Essen gebunkert. Ich esse da immer nur verrottetes Fleisch. Ja, damit du mal ein bisschen abnimmst. Hallo. Ach so. Was ist denn los mit dir? Okay, okay, okay. Nee, ich komme nicht runter. Ich traue mich nicht. Was warst du denn im Fallschacht? Ja. Also ich glaube, ihr müsst mir gleich mal Material zuwerfen. Sonst komme ich erstmal nicht mehr weg. In welchem Fallschacht denn? Ja, den äußeren. Ach der. Wo die ganzen Materialien da runterfliegen. Ich gucke schon, wann ich mich zu dir hin baue. Oh nein, der Schiff kommt. Warte mal. Ich will nochmal gucken, ob das so geht, ob ich das so werfe. Jetzt drücke ich ganz auf Kuh. Wohin wirfst du das denn? Ja. Auf da, wo du stehst. Ich kriege aber gar nichts. Ah hier. Ah. Ist ein Stack angekommen da unten? Ganzes? Weiß ich nicht. Oh, nochmal springen darf ich nicht. Das wäre fatal. Ich schmeiße den Rest oder dahin, ne? Ja, war klar immer. Hui. Aber alle einzeln, weil das Stack nicht so gut fliegt. Da fällt mir einer, aber den Fallschacht. Nein, es hat der Heiko mich hier runter geworfen. Scheiße. Oh, noch soeben überlebt, ey. Boah. Boah, lass mich mal da hochkommen, Junge. Ja. Dann geht doch noch. Genau. Waaah. Hat er denn gemacht? Der hat mich einfach von dem Podest runter geschubbt, wo ich da stand. Haha, ist voll cool. Ja, du wolltest mich da hinlocken, Peter, ne? Du hängst da halt knietief mit drin, ne? Ne, ne. Ich hoffe, die zweite Bauschlampe wird so korrupt sein und mir helfen. Meinst du? Meinst du, so korrupt ist jemand? Klar. Nein. Rübe, halt die Schnauze. Sonst tötet er die. Krass. Das wären die Rübe? Nein. Was machst du denn da? Ich, äh, wollte mal hier hin. Also, das sah nicht aus wie ne Leiter gerade, wo du vorbringst. Doch, das ist ne Leiter in der Luft, die ich hatte. Hahaha. Da ist er. So. Jetzt, haha, portet er sich schnell weg. So, jetzt sind wir hier gleich mal. Ich brauche noch Glas, Jungs. Hä? Achta. Hahaha. Ich brauche noch Glas. Er hat gar keine Sachen mehr. Ja, die habe ich ja auch noch alle. Dann haue ich die ja noch Fresse. Und dein Freund auch. Äh, warte, dann baue ich dann einfach mal so hoch hier. Hui. Ich habe ihn nicht. Ah. Ich habe ihn aber auch so oft getötet jetzt. Ja, awesome. Ich glaube, so oft ist noch nie einer gestorben. Außer du natürlich. Ja. Ja. Müssen wir mal wieder eine Höhlen-Expedition machen, wa? Hahaha. Genau. Dann soll man es sowieso mal bald wieder machen. Dann habe ich gute Chancen zu sterben. So, hier kommt ne epische, super extreme. Mist, das ist voll blöd aufgeteilt. Egal. Ich lauf mal wieder hoch. Es ist so entspannend, das Treppenhaus hoch zu gehen. Ist gut, oder? Ja, ist Hammer. Bringst du denn was mit, was wir brauchen? Achso, ne, eigentlich nicht. Was brauchen wir denn? Ich habe 19 Steinziegel bei. Hahaha. Haha. Du pimmelst hier nur rum, Hardcore. Hardcore. Warte, hier, guck mal. Da hast du noch ein paar. Sehr gut. Guck mal hier, und die auch noch. Boah, geil. Zwei Schleimbällchen. Vor allem Bällchen. Oh. Ne, das war scheiße. Ich bin ein Schleimbällchen. Könnte mal ein Enderman-Ball-Wettrennen machen. Meinst du? Ja, hier kriegt ganz, ganz viele Bälle in der Hand. Aber, wenn du stirbst, bist du disqualifiziert. Okay. Haha. Hohle, ich überlege gerade. Genau, machen wir anders. Hat denn einer Wasser mit? Ne. Okay, wir brauchen Wassereimer. Und... Glasscheiben. Hahaha. Jetzt bimmelt hier nicht rum, wir wollen mal bauen. Hahaha. Hahaha. Ja. Ja, Sir. Hui. Hahaha. Ich hab mal kurz, wir, 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 wir finden ihn jetzt zum Kotzen. Hahaha. Wir sehen das schon. Der eine kotzt Eier, der andere grünen Schleim. Ich finde das besser, wenn du jetzt arbeitest und wir immer ein bisschen, boah, so genau ins Gesicht eins. Nur so, so. Matsch. Wir können ja auch mal, wenn du lieber sowas machst, dir ein paar Adventure-Maps machen. Ja, ne? Ja, eigentlich schon. Können ja mal schreien, wenn er... Oder mittlerweile haben wir bestimmt schon welche. Bestimmt schon 40, 50. Was soll dat? Hahaha. Na muss, will wohl jemand sterben. Hahaha. Hör mal. Oh, der tötet mich jetzt. Boah, Hilfe! Hast du immer so viel, Ted? Ne, anderthalb Herzen noch. Hahaha. Nein! Ich wusste, da hat er unter dir nicht. Egal. Sehr gut. Jetzt springen wir einfach einmal mit von da unten. Nö. Wieso? Ich bin doch hier. Hahaha. Tolle Idee, Ted. Wieso? Ich hab da schon längst unten den Stein kaputt gemacht, ja? Achso, ich dachte schon. Ey, gib die Sachen wieder her. Ich bin doch hier. Spring wieder da runter. Tot. Los, die Sachen her. Meine verzauberten Sachen. Was redet der da? Oh, ey. Was labert der? Ja, ich glaub, wir müssen uns echt mal, oder ich muss die beide echt mal abreden gehen in der Adventure Map. Ja, ehrlich. Ich glaub, da kann der Heiko da nochmal reden. Obwohl, der Heiko kennt bestimmt schon viele, oder nicht? Heiko? Wie sieht's mit dir aus mit Adventure Maps? Sind meine ganzen Sachen weg. Jetzt pimmelt er nicht rum. Komm, wir brauchen eben die Farme hin. Ja, ey, jetzt sind meine ganzen... Weißt du, was für krasse Sachen jetzt alle weg sind? Wo sind die denn? Jetzt bin ich echt ein bisschen angepisst, ey. Wo sind die denn? Ja, weg einfach. Ja, wo sind die denn? Mah. Ja, ich hatte alles komplett verzaubert, ja? Alles. Ja? Auch deine Uhr? Ja, nein, ich bin nicht im GM, aber es ist alles weg. Ja, komm, dann zauber dir das doch, ey. Boah, ja, mal eben. Helm, Russi, boah, ey. Kannst du mit GM machen. Machst dir ein paar Erfahrungsflaschen und machst den eben fertig. Ja, genau, wir werden solche jetzt brauchen. Eine halbe Stunde. Wo lange so? Dann zieht ihr den Helm her. Oh, Mann, ey. Na, ich komm mal runter, ihr könnt ja gar nichts. Ist alles kaputt. Oh. Boah. Es war aber dunkel unten. Boah, wie kaputt ist der denn, ey? Was ist denn hier los? Ich glaube, es hackt. Es hackt. Oh, Mann, ey. Ist alles kaputt. Ist der Dätschi? Wieso sind wir so euphorisch? Und macht ihm... Warum ist hier unten alles kaputt? Ist er um eine... Oh, hier läuft ein Creeper rum. Meine Schaufel ist weg. Meine super geile. Wo rennt der Creeper hin? Wo rennt der Creeper hin? Der wollte pinkel gehen, der Creeper. Du maust auf. Was? Irgendwas stimmt hier nicht in dem Lager. Ich höre ein Zombie von rechts. Von links. Von vorne. Ach, meine Schaufel und meine Spitzhacke sind noch weg, ey. Okay. Deine Reste, den hast du doch, oder? Ja. Ja, siehste. So in Teilen. Ja, siehste. Aber die Schaufel ist nur die Spitzhacke, Alter. Ja, siehste. Voll ätzend. Komm hier, ich geb dir auch ein Hähnchen. Ich will kein scheiß Hähnchen. Komm, komm, komm. So ein richtig gebratenes. Hier, guck mal. Christian ist ein gebratenes Hähnchen. Lass es! Jetzt gleich hab ich ein paar schöne Sachen. Hau ab! Mann, sag ich wieder die ganzen Scheiß von ihm im Momentar. Mann, sag ich wieder die ganzen Scheiß von ihm im Momentar. Mann, schmeiß mich jetzt doch nicht mehr zurück. Oh, mein Helm ist kaputt. Oh! Ich glaub, da muss ich mir gleich mal nen Helm verzaubern. Locker flockig so. Boah, diese Hühner, ne? Diese Hühner. Ja, echt diese Hühner. Diese Hühner hier. Okay, warte. Jetzt, was wollt ich? Einmal. Ich muss mir echt das neu machen, ey. Warte, soll ich eigentlich mit die Goldäpfel oder was? Ne, das sind meine jetzt. Die Goldäpfel, wo hast du die denn? Der Heiko hatte sechs Stück. Aha. Okay, die kann man sich ja bauen, ne? Davon ab. Ja. Aber nicht, wenn ich meinen Golem dabei gehabt hätte. Dann hätte sie mich nicht besiegen. So. Ich glaub, hier hinter der Wand ist ein Zombie. Wo sind denn jetzt die voll kranken? Hier ist ein Eimer. Warum ist denn der Lava-Eimer außerhalb der Kiste? Weiß ich auch nicht. So, jetzt brauch ich noch ne Spitzhacke irgendwoher. Hä? Was ist denn hier los in dem Lager? Wo sind denn die Eimer? Weiß ich auch nicht. Pin und die Eimer sind weg. Ich verstehe nicht. Haben wir noch Cleanston? Boah, hier ist aber viel kaputt gegangen, ey. Ja, was war denn da los? Ja, der Heiko, der ist vollkommen ausgerastet. Ausgerastet. Der hat hier einen Creeper hingespawnt. Ach, guck mal, hier ist mein... Ne, das ist nicht mein Helm. Hier ist ein Diamantenhelm in der Kiste. Boah, wie viele Hühner hier auch sind. Sollen wir jetzt nicht mal eine Mission machen und das ganze Umland von Hühnern bereinigen? Ne, 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 ne Hühnerbereinigungsmission? Ne, ne, ne Hühnerbereinigungsmission? Ja, wir rotten die aus, die wilde lebenden Hühner. Damit die Dorfbewohner die Eier von uns kaufen müssen und die nicht mehr finden können. Warum ist die in der Treppe drin? Verstehe ich nicht. Weiß ich auch nicht. Das ist, damit man da reingucken kann. So. Mein Gott, was ist denn hier los? Wie viele Hühner hier sind, hier draußen? Ja, überall. Da draußen, lacht er. Ne, hier vor der Tür. Hier waren jetzt so 30 Stück auf einem Haufen. Die hab ich mal eben alle weggeschlachtet. Weggeschlachtet, Junge? Wieso bringt er da eigentlich keine XP in Küken zu tönen? Ne, weil ein Küken ist ein süßes Küken. Ja, aber die können auch verdammt aggressiv sein und so. Ich will aber Frikadellen haben. Ja, ich will Frikadellen haben. Und dann dieser scheiß Regen immer. Und diese kack Zombies überall, ne? Son. Du bist auch einer. Ich rette dich und du guckst schön, wie der auf mich zugeht, ne? Ne, ich hab das Wetter umgestellt. Ja, ja, genau. Und wieso regnet es dann immer noch? Was immer dauert. Wo regnet das denn? Ja, aber in der Natur hört er da auch sofort aufzurechnen. Ne, ne, dauert. Ja, bitte. Du willst mir was nicht sagen. Hat das erst weniger wert. Es gibt nur An und Aus. Nur Nullen und Einsen. Boah, Hühner im Wasser sind immer blöd. Die mag ich nicht. Was ist eigentlich mit deinen Hunden? Ja, was ist damit? Ja, was ist damit? Bedeut. Ja, mach ich.